Wer kennt nicht das angenehme Gefühl, wenn an einem bewölkten, kühlen Tag plötzlich die Sonne herauskommt? Die Strahlen der Sonne sind Wärme pur. Dieses Prinzip der Strahlungswärme machen sich im Inneren von Häusern Flächenheizkühlsysteme, wie zum Beispiel die Klimadecke, zunutze. Einer ihrer größten Vorteile, sie sind völlig unsichtbar. Denn wer ahnt schon, dass überall hinter edlen Decken ein ausgeklügeltes Schlauchsystem verbaut wurde, durch das je nach Bedarf warmes oder kaltes Wasser fließt. Doch Unsichtbarkeit ist nicht der einzige Vorteil der Klimadecke und anderer Flächenheizkühlsysteme gegenüber den herkömmlichen Konvektionsheizungen, die ihre kleine Fläche durch eine größere Temperatur auszugleichen versuchen, um einen Raum zu heizen. Die Nachteile kennen wir. Die aufsteigende warme Luft wird schnell unangenehm. Der Luftstrom wirbelt ungesunde Staubpartikel auf. Warme Luft bei meist kalten Wänden, das ist unbehaglich. Wohlfühlklima erzeugt man anders. Zum Beispiel mit Flächenheizkühlsystemen wie der Klimadecke. Hier wirken Wärmestrahlen über eine große Fläche verteilt, mit einer Wirkung ähnlich wie die der Sonne. Und das sogar in zwei Richtungen. Heizen und Kühlen, beides ist möglich. Denn zwischen allen Körpern in einem Raum findet ständig ein Wärmeaustausch vom Wärmeren zum Kälteren hin statt. Der wärmere Körper strahlt seine Wärme ab, der Kälteren nimmt diese auf. Zum Heizen wird daher warmes Wasser durch die Schläuche der Klimadecke geschickt, das die Decke gleichmäßig erwärmt. Diese strahlt ihre Wärme an die kühleren Oberflächen im Raum ab. Menschen, Wände und Möbel. Kühlen funktioniert einfach umgekehrt. Kaltes Wasser kühlt die Decke. Die wärmeren Körper der Menschen, die Wände und Möbel strahlen ihre Wärme an die kühlere Zimmerdecke ab, die die Wärme über das Wasserschlauchsystem dann abtransportiert. Für die Klimadecke haben wir uns relativ schnell entschieden. Aus dem Grund heraus, weil wir keine Heizkörbe im Haus haben wollten. Bei der Klimadecke ist es so, dass die wasserführenden Leitungen eben unter der Decke, unter der abgehängten Decke versteckt sind. Und die Raumatmosphäre ist ähnlich wie im Winter beim Skifahren. Man sitzt draußen, es ist kalt, die Sonne scheint herunter, man wird eben schön erwärmt. Und genauso ist es eben bei der Klimadecke auch. Die Klimadecke strahlt die Wärme ab, alles um einen herum wird erwärmt und somit hat man einfach eine schöne tolle Temperatur. Die Installation einer Klimadecke ist, besonders im Zuge von Renovierungsarbeiten, schnell erledigt. Der Stuckateur-Fachbetrieb legt die Heizspiralen entweder unter Putz oder lässt sie hinter Gipskartonplatten verschwinden. Und das Beste kommt zum Schluss. Flächenheizkühlsysteme wie die Klimadecke kommen mit Betriebstemperaturen von 28 bis maximal 35 Grad aus, im Gegensatz zu 55 Grad und mehr bei Konvektionsheizungen. Dadurch sinken der Energieverbrauch und die Heizkosten im Vergleich zu Konvektionsheizungen um 15 bis 20 Prozent. Die Klimadecke sorgt also innen und außen für gutes Klima und stille Reserven in der Haushaltskasse.